Hiho und willkommen zurück bei lieben Rollenspiel, Strategiespiel und im Augenblick vor allem Zwergenfreunde zu Spellforce 1, The Order of Thorn. Oder Spellforce, The Order of Thorn, wer auch immer. Ja, wir haben die klagenden Steine erreicht. Und sind hier groß dabei, die Untoten auszuschalten, beziehungsweise uns eine Armee aufzubauen, um sie auszuschalten. Hier bin ich! Runenkrieger, zu mir! Ja, dafür müssen wir erstmal die Aufklärer hier loswerden. Mal wieder. Vorsicht, Gegner! Die beiden sind so richtig, dass wir nehmen, weil sie fast nicht treffen. Oh, da kommt schon Nummer 3. Stand halten, Männer! Das ist ein Hinterhalt! Erstmal nicht loswerden. Runenkrieger, zu mir! Während wir darauf warten, noch 300 Nahrung zusammenzukriegen. Oh. Jetzt werden sie langsam aggressiv. Wir werden angegriffen! Meine Axt wartet schon! Marschieren los! Nur, dass ihr Hämmer habt. Mit festem Schritt voraus! Stand halten, Männer! Ja, man merkt halt, die meisten Einheiten bei den Fraktionen haben dieselbe Sprech... Wir werden angegriffen! Haben dieselben Sprechlights. Oh, langsam kriege ich Damage. Geht es los? Endlich wieder kämpfen! So, nochmal 5 Verteidiger. So, dann decken wir erstmal hier wieder auf. Ein bisschen. Weißt du was? Du kannst von dem Verteidiger weggemacht werden. Das freut die sicher. Nur zu! Vorwärts, Zwerge! Wie gesagt, erstmal will ich das hier weg haben. Bevor ich dann das hier oben wegmache. Da kommt wieder einer. Da kommt einer. Da geschlurft. Nur zu! Vorwärts, Zwerge! Marschieren los! So, ich hoffe mal, dass die mal reichen. Sicherheitshalber uns jetzt Play überspeichern. Mit festem Schritt voraus! Dann helft mal mit, den dann zu erledigen. Werft ihr die Hämmer ins Gesicht. Marschieren los! Endlich wieder kämpfen! So, und dann macht ihr euch mal auf den Weg, dem Feind zu begegnen. Werden wir weitere Nahrung sammeln. Unsere Wohnzimmervorräte werden auch langsam weniger. Nur zu! Vorwärts, Zwerge! Wo ist der Feind? Vorwärts, Zwerge! Ja, da kommen sie wieder. Mehr davon! Los! Und was mir halt so nach der Autorbe-Session eingefallen ist, ich habe vergessen, die Rune zu tauschen, was sehr ärgerlich ist. Ihr bin ich! Endlich wieder kämpfen! Vorwärts, Zwerge! Runenkrieger! Zu mir! Stand halten, Männer! Okay, der ist... Die Linien müssen halten! Stand halten, Männer! Oh, und das da auch noch ein Setzenbank kommt, ist auch nicht schön. Die Linien müssen halten! Da müssen wir mal Berserker einschalten. Stand halten, Männer! Runenkrieger! zu mir! Kampf, Wägerheit! Vorwärts, Zwerge! Okay, du bist weg. Kriege ich doch eine Heilung? Nein, kriege ich gerade keine. Lasst sie nur kommen! Oh! Die Ahnen rufen uns! Die Ahnen rufen uns! Da spawnen hier einfach neue Gegner nach. Das ist nicht schlimm. Okay. Das hatte ich vergessen. Ja. Laden wird neu. Und, äh... Müssen dann wohl doch... Wohl wieder übel erst mal... ...dort ignorieren. Müssen wir die stärkere HB haben. Hier bin ich, der Feind! Ja, vorwärts! Folgt mir! Schnell! Sofort! Da kommt noch... Ach, da kommt die Schlofer dahergelaufen. Kämpft, Männer! Das ist euer letzter Fehler! Zum Angriff! Meine Axt wartet schon zu allem entschlossen. Das war der falsche Zwerg. Auf mein Zeichen. Vorwärts! Und wir haben genug Nachwuch für die letzten. Auf mein Kommando! Also jedenfalls aus dem kleinen Haupthaus. Jetzt müsste ich warten, bis ich genug Nachwuch habe. Also bis ich tausend zusammen habe. Nur zu! Dann folgt mal dem Avatar. Dann gehen wir jetzt hier zum Angriff über. Machen erstmal das weg. Bist du jetzt selbst mal da drüben abfangen. Zu allem entschlossen! Geht es los? Marschieren los! Mit festem Schritt voraus! Hey, du! Hör auf, vor mir wegzulaufen. Also ich sau dich nicht. Oha! Kommt nur her! Meine Axt wartet schon! Zu allem entschlossen! So, jetzt die hier boxen. Da kommen ja ein paar jetzt, sagt der Rat. Das ist ein Hinterhalt! Lasst sie nur kommen! Ne, ich muss erst hier das Ding ausschalten. Ganz ehrlich. Nur zu! Vorsicht, Zwerge! Nur zu! Auf geht's! Ich komm bei dir mal ein paar meiner Zwerge ab, dass sie die Base verteidigen. Ist wahrscheinlich schlauer. Runenkrieger! Zu mir! Meine Axt wartet schon! Lasst sie nur kommen! Geht es los? Vorwärts, Zwerge! Nur zu! Mehr davon geht's! Oh, das könnte hier etwas eng werden. Auf mein Kommando! Und los! Mir nach! Mehr davon! Sofort! Und auch nicht, ich glaube, es geht gerade so. Hier bin ich der Feind. Das ist eine Falle. Geht es los? Endlich wie der Kämpfer. Ja, vorwärts! Sofort! Das ist euer letzter Fehler. Mehr davon! Los! Hier, folgt mir! Schnell! Für die Freiheit! Vorwärts! Kämpft, Männer! Ihr bin ich! Nur zu! Vorwärts, Zwerge! Marschieren los! Geht es los? Kampfbereit! Da bin ich! Und ja, ich konzentriere mich gerade ein bisschen. Auf meinen Befehl! Was ist so? Die Heilung hat dich gefutzt. Auf mein Zeichen! Doch, hat sie aber. Sie ist jetzt schon so schwach, ey. Auf mein Kommando! In die Schlacht! Kämpft, Männer! Windstahlpatz, Windstahlhelm. Was ist das, fifteen? WereEL! Ich schweb für die Schneiden!